Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Webseitenmedia. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Word eine Trennlinie in die Kopfzeile einfügen könnt. Wir aktivieren dazu zunächst einmal die Kopfzeile, also wir klicken mit einem Doppelklick in den oberen Bereich der Seite hinein. Dann gehen wir auf den Reiter Start und im Bereich Absatz seht ihr so ein Symbol für einen Rahmen bzw. ein Gitter. Neben dieses Symbol klickt ihr auf den Pfeil und dann wählt ihr einfach Rahmenlinie unten und dann wird auch schon die Trennlinie eingefügt. Ja und das war's. Falls ihr das Video hilfreich fandet, schreibt es doch bitte in die Kommentare, gebt mir Feedback und lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.